Räumannplatz, Endstation Umsteigen zu den Linien 6, 7a, 65a, 66a, 67, 67a, 68a und 70a sowie zu regionalen Autobuslinien Bitte alle aussteigen Wendefahrt Räumannplatz Keplerplatz, Umsteigen zur Linie 14a Südtirolerplatz, Umsteigen zur S-Bahn und zu den Nahverkehrszügen der ÜBB zu den Linien O, 13a, 18 und 69a sowie zu regionalen Autobuslinien Fernreisezüge verkehren ab Meidling Erreichbar mit der S-Bahn Taubstummerngasse 3 und zur Linie 1a sowie zur Linie 3a und zur Linie 2a Schwedenplatz, Umsteigen zu den Linien U, 4, 1 und 2 zur Linie 2a sowie zum Flughafenbus Change here for airport bus Nestroyplatz, Umsteigen zur Linie 5a Bitte beachten Sie, dass nach der Abfertigung des Zuges mit den Worten Zurückbleiben bitte, dass Ein- und Aussteigen verboten ist und achten Sie auf den Spalt zwischen Bahnsteig und U-Bahn-Türe Praterstern, Umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÜBB zu den Linien U2, O, 5 und 80a sowie zur Linie 82a Vorgartenstraße, Umsteigen zur Linie 11a sowie zur Linie 11b Zugang zum Schifffahrtszentrum Donauinsel Kaisermühlen, Vienna International Center, Umsteigen zu den Linien 90a, 91a und 92a sowie zum Flughafenbus Change here for airport bus sowie zur Linie 20b Alte Donau, Umsteigen zur Linie 20b Kackran, Umsteigen zu den Linien 26, 26a, 27a, 93a und 94a sowie zum Flughafenbus Change here for airport bus und zur regionalen Autobuslinien Kackraner Platz, Umsteigen zu den Linien 23a, 24a, 26a und 31a Rennbahnweg, Umsteigen zu den Linien 25a und 27a Adaglar Straße Großfeldsiedlung, Umsteigen zur Linie 29a Leopoldau, Endstation Umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÜBB zu den Linien 29a und 32a sowie zur Linie 125 Bitte alle aussteigen Wendefahrt Leopoldau Kacki Leopoldau Leopoldau 7 Leopoldau Vielen Dank.